Musik Ich jogge jetzt schon seit vier Jahren und es macht mir mega Spass. Vor allem in der Natur, weil dort fühlt man sich einfach freier und es gibt eine tolle Abwechslung. Meiner Meinung nach viel besser als eingeschlossen in einem Gym sein. Warum mache ich das? Ich habe keine Lust, dieses Jahr neue Kleider zu kaufen. Darum gehe ich lieber joggen, dann passen wir die Hose im nächsten Jahr noch. Musik